Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com. Heute bin ich bei den Bettrockern Rock und Play. So könnte man wohl hier rangehen. Und zwar gerockt wird auf jeden Fall bei den Bonusangeboten. Da ist reichlich vorhanden. Und zwar sind das jetzt nicht nur die Willkommensangebote. Hier finde ich das immer wieder gut für den Anfang. Schon mal ein Deposit und Play. Also 10 Euro einzahlen mit 50 Spielen. Damit kann man das Casino eigentlich ganz gut kennenlernen. Und die weiteren Angebote sind hier so vielfältig, dass sie auf jeden Fall noch genügend Angebote haben. Ob das jetzt für die erste Einzahlung, für die zweite oder dritte ist. Oder für im Prinzip wöchentliche Rennen oder Freispiele. Also es gibt reichlich hier zu entdecken. Für alle Jäger des Bonusgeldes ist das hier ein tolles Casino. Jetzt zur Zeit sind das diese Angebote. Natürlich kann sich das jederzeit ändern. Aber was gibt es hier außer Bonus noch im Bettrocker zu sehen. Also wir gehen hier direkt ins Casino. Und nachdem wir hier gerockt haben, fällt natürlich irgendwie fällt mir dieses Pink-Rosa, was auch immer irgendwie auf. Und das ist so krass zu dem Thema Rock, dass ich das schon wieder witzig finde. Die ganze Aufteilung hier des Casinos ist sehr bunt gehalten. Aber nichtsdestotrotz fühlt man sich hier gut aufgehoben, indem man sich auch entsprechend die Anbieter hier wählen kann. Einfach draufklicken und schon hat man die entsprechenden Anbieter und kann sich diese Spiele dann schnell laden. Und hier ist zum Beispiel, das gehört zu meinen Lieblingen, gleich mal kennzeichnen. Hier ein kleines Herz dazu, findet man relativ selten. Tiger's Eye ist ein Spiel, wo sich also im Bonusspiel bis zum Zehnfachen des Einsitzers erspielen können. Und das sieht manchmal wirklich sehr gut aus. So, und wenn Sie jetzt denken, das wäre es schon mit den Micro-Gaming-Spielen. Hier lade mehr und schon geht es weiter. Also typischer Fall von immer wieder draufklicken und dann findet man sich zurecht. Oder man kann eben, wie ich es jetzt gemacht habe, eben diese Spiele, die man kennt, wie hier, neuen Mask of Fire, das ist auch was, was ganz Tolles spiele ich teilweise mit höheren Einsätzen. Aber denken Sie daran, ich habe die Bonusbedingungen wieder auf der Webseite. Der Link zur Webseite casinoplusbonus.com und der direkte Link zu diesem Bericht finden Sie am Ende vom Video unbedingt diese Bonusbedingungen lesen und gegebenenfalls natürlich solche Spiele auch wie 9 Mask of Fire etwas höher spielen und dann natürlich ohne Bonus, weil die Bonusbedingungen das teilweise gar nicht hergeben, dass man da ein bisschen höher geht, denn die Einsätze sind bei Bonus auf bis zu 3 Euro beschränkt. Also so weit, so gut. Ein gutes Spiel ist auch vielmals ohne Bonus, also besser zu spielen, als sich jedes Mal dann nur auf die Bonusspiele zu konzentrieren und das möchte ich jetzt mal hier zeigen. Das sind die Bonusspiele. Also nur diese Spiele unbedingt beim Bonusspiel spielen. Denn alle anderen sind nicht gültig. Und das Gefährliche hier dran ist, dass es wirklich noch Spiele gibt, die auch nur zu 25% angerechnet werden, wobei die Bonusbedingungen jetzt auch nicht so klein sind. Also wie gesagt, hier muss man aufpassen, wenn man mit Bonus spielt, dass einem kein Fehler unterläuft und dann dann ewig spielt und der Bonus geht nicht runter. Man kann dann das natürlich auch entsprechend hier sehen. Ich habe den Bonus der Freispiele gewählt und hatte auch ein bisschen was gewonnen. Aber es ist so, dass auf jeden Fall das nicht gelangt hat, auch wenn es 50 Freispiele waren, dass da was rübergekommen ist. Weil man spielt da einen 15-Linien-Slot, der nur mit 5 Linien besetzt ist. Aber trotz alledem, es hat mir Spaß gemacht und ich habe den Slot kennengelernt und ich habe ihn sonst vorher noch nie gespielt. Und auch das ist mal was, wo man dann entsprechend mal was Neues kennenlernt und dann sicher diesen mal ausprobieren kann mit höheren Beträgen. So, Entschuldigung, Apropos Beträge. Und zwar geht es jetzt hier ums Einzahlen. Und zwar ist das hier im Bettrocker Casino nicht ganz so gut gelöst. Also, ich klicke es hier nochmal weg. Ich gehe nochmal auf hier auf Anzahlung. Und zwar ist das so, dass man hier relativ wenig Möglichkeiten hat. Also, wer Bitcoin hat, dann entsprechend mit den entsprechenden Wallets hier einzuzahlen oder Neosurf. Es wird wohl das Ecopays hier auch werden und die PaySafe Card. Alles andere ist dann eher umständlicher. Denn es geht ja auch darum, dass man dann entsprechend wieder auszahlen kann. Und das ist manchmal dann mit der P-Safe Card schwierig. Also, wird es wohl Ecopays werden. Also, da ist noch Luft nach oben. Da kann noch einiges passieren. Und sollte auch noch einiges passieren. Denn viele Spiele, die dann weder das Grill noch das oder jenes zur Einzahlung nutzen können, wird wohl eher dann das nicht so positiv rüberkommen und eher abschrecken. Also, wie gesagt, liebes Bettrocker, hier ist noch einiges zu tun. So, es gibt auch Turniere hier und zwar kann man sich dann entsprechend anmelden und paar Tage daran teilnehmen, in der Hoffnung dann entsprechend zu gewinnen. So, dann haben wir hier noch ein Live-Casino. Ist auch nicht immer zu finden und also nicht immer zu finden, auch in Casinos, die jetzt den deutschen Spielbedingungen unterliegen oder sich unterlegen haben, wie man das auch nennen will. Es ist so, wie es ist. Also, hier gibt es noch Live-Spiele, sicher nicht mit Bonusspiel war, aber eben so mit einer normalen Einzahlung ist das dann möglich. Das gibt es auch für Blackjack und so weiter. Also, es ist gut sortierbar und man kommt damit recht gut zurecht. Ich finde es witzig gemacht, das Casino. Bei den Bonusbedingungen, da müsste man auch noch ein bisschen nachlegen, die sind teilweise zu hoch und dann noch die Einschränkung bei einigen Spielen. Nun ja, man kann es probieren, mal sehen, ob man damit gewinnt. Und auf jeden Fall holt man sich erstmal die 50 Freispiele jetzt zurzeit gültig und auch nur von unserer Webseite aus. Und ansonsten gibt es ihr immer wieder spezielle Angebote, die auf jeden Fall dann durchgängig nutzbar sind. Und sie schauen nach, ob das passende für sie dabei ist. Und bis dahin wünsche ich ihnen viel Glück und Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ihre Denise bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten D